So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich habe mich hier mit Sven Smile getroffen, er ist in Syrte. Also, liebe Leute, immer das Igenreich wählen, dann können wir mehr machen. Momentan können wir leider nicht viel machen, aber er scheint auch ein Barbar zu sein. Und er möchte auch ein bisschen kloppen, wieso nicht? So kann man leider nicht viel machen, aber herzlichen Dank, dass du mich mal getroffen hast. Scheinbar ist er recht stark. Er ist nur anspruchsvoll, aber er macht viel Damage und wahrscheinlich gute Waffen. So, was habe ich so gefunden? Alle diese Edelsteine ab dem Ring habe ich jetzt neu gefunden. Ich werde ein paar wegschmeißen, ein paar werde ich als Trophäe behalten. Diese Brigantenhose aus Leder, Widerstandsfeuer plus 1%, Angersgeschwindigkeit plus 5% und das ist richtig stark. Die behalte ich sicherlich für meinen Jäger. Schamanengewand, Skalibus, Blitzstab. Die sind für den, ähm, für den Flory. Der ist auch für den Jäger. Der Pfeil auch. Ja. Okay, ich beende die Aufnahme jetzt kurz. Ähm, natürlich geht die Aufnahme weiter. Aber, ähm, ich muss noch mit ihm ein bisschen reden. Deshalb, bis später. Ja, willkommen zurück. Ähm, ihr seht es hier. Ähm, nein, ihr seht es nicht. Ihr seht es hier. Ich kann den Feuereanhänger, den stärksten, schon alleine besiegen. Deshalb mache ich jetzt dann bald die Quests. Ich bekomme die einfach nicht über, weil sie mir nicht angeboten wird. Aber, ja, wir müssen wahrscheinlich noch ganz viele Feuerquests machen. Mal gucken. Ich habe jetzt einfach Bock, wieder aufzunehmen. Und nicht immer herauszuzögern. Und, ähm, ja, zu einem habe ich jetzt mal alle Quests angenommen. Das sind jetzt mal die vier, äh, ja, vier waren es. Äh, als, 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 zirten Tötequests. Eine habe ich schon erledigt, weil ich einfach ein paar Level angegriffen habe. Was ich ja nicht so gerne mache. Aber das ist die einzige Lösung, mit Level, ähm, 43 jetzt, ähm, die Quests zu bekommen. Außerdem habe ich eine neue Axt. Eine Exekutions-Axt aus Stahl. Großartig. Krit-Chance plus 18 und Aufschrittsschattenbonus plus 5. Also ein Edelstein noch drin. Ähm, sonst noch diesen Ring. Ring des Schmiedes, Feuerschatten plus 9 plus 15. Und, ähm, gefunden habe ich den nordischen Streitkolben. Aber dafür brauche ich noch eine links. Ja, okay, dann habe ich die 46. 45. Ja, da muss ich warten, bis ich 46 bin. Sonst habe ich noch ein paar Sachen gefunden für den Jäger und für den Beshi. Aber die sind schon im Händler, also die sind schon im Accountlager. Ja, bisher habe ich jetzt ungefähr so 5 oder 6 Quests gemacht. Die sind wirklich langweilig gewesen. Jetzt ist es eigentlich die erste, spannendere Quests, weil sie nur 3 Atolta zum Kühlen hatte. So, jetzt müssen wir wieder zu diesem Questgeber des Grauens, weil es so viele Quests gibt. So, was wirst du mit dem Blut machen? Einen Krug befüllen, oder was? Ah, wir bekommen hier noch ein Amulett der Ausstrahlung. Ja, die letzte Zutat, und das ist ein Geist, oder was? Da müssen wir dann schauen. Ich hoffe, sie beginnt bald. Oder ist der Feueranhänger der Erste? Kann doch nicht sein, oder? Auf jeden Fall war er leicht. Die anderen müssen wir vielleicht Hilfe haben, wenn das der Erste ist. Ich hoffe es ja nicht. Ich dachte, der Feueranhänger ist der Letzte. Naja. Wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall war er relativ leicht, also ich habe es noch mit viel Leben geschafft. Hätte ich niemals gedacht. Ich hätte, ich hätte, müsste er Level 55 sein, oder so. Ja. So, Daly. Ja, jetzt müssen wir halt um den Berg, aber es ist schneller als außen herum. Ring der Zwilling, okay. Haben wir auch einen bekommen vom Magi, also diesem Teil da. Von diesem Herrn. So, was müssen wir hier machen? Ein alter Igneo töten. Einen. Das ist unmöglich. Das ist sowas von schwer. Das kann ich nicht schaffen. Und jetzt muss ich wieder zurück. Genau solche Quests sollten eigentlich nicht existieren. Aber manche Entwickler meinen, sie könnten so Menschen sogar anlocken. Sie hätten riesig Spaß. Und alles mögliche. Oder sie sind einfach nur feil gewesen. Ich denke, das ist das eher. Oder sie haben es für chinesische Goldzellen gemacht, dieses Spiel. Kann auch sein. Ich finde manchmal herrlich diese Diskussion im Ignis Chat um 11 Uhr. Ab 11 Uhr abends ist immer etwas los im Ignis Chat. Und da habe ich zum Beispiel mal gesagt, die sollten ihr euch nicht immer so kiddiehaft verhalten. Dann haben sie gemeint, sie könnten mich, also sie wollten mich dann wie sozusagen gegen konnten. Aber das ging nicht auf. Und dann hatte ich immer, sie haben gesagt irgendwas mit, ich sei ein blöder Ork, weil Marauder kommt auch bei Ork Marauder vor. Dann habe ich gesagt, Marauder heisst Plünderer und nichts anderes. Und das hat nichts mit Orks zu tun. Und dann habe ich erklärt, dass es einfach Ork Plünderer heisst und alles mögliche. Aber sie wollten natürlich die ganze Zeit mich gegen konnten. Und ja, irgendwann haben die, die das gemacht haben, haben dann einfach geschrieben, ja gute Nacht und sind dann gegangen. So kann man auch sich langsam vernichten, geschlagen werden. Also ja, wie soll ich sagen, dass man fliehen muss natürlich. Aber scheinbar haben die ganz wichtig etwas machen müssen, nämlich schlafen und sind dann sofort gegangen. Nun gut. Außerdem haben ein paar gestritten, wieso sie überhaupt Rechnung spielen wollen, wenn alles so schlecht ist. Wie zum Beispiel, hat man mir gesagt, sie haben, glaube ich, das Azius-Tor angegriffen. Und da wurden sie ganz sehr gestunnt und der Stein kam nicht vorwärts, weil die Syrten natürlich eingriffen. Außerdem, ähm, ja, waren sie jetzt in Unterzahl und alles mögliche, wieso es so schlecht ist, wieso sie überhaupt das Spiel noch spielen sollen. Und, ähm, okay, dann ist es nach oben wieder. Ich weiss jetzt nicht, was die Leute überhaupt noch in Champions of Reignung machen. Wieso sind die noch auf dem Service, wieso spielen die überhaupt noch Champions of Reignung? Mega schlechtes Amulett irgendwie. Da gibt es doch ein besseres Amulett schon viel früher. Was müssen wir hier machen? Kist-Ada, Gertam, Edam, Zaliam. Okay. Ich sollte eine Belohnung geben. Du, Ma, gibst mir sowieso fast keine Belohnungen. Ähm, jaja. Was ist das? Auch noch sehr schwach. Ich habe die Quests halt nicht, äh, wo man sie bekommen hat, gemacht, sondern jetzt erst. Dann sind die Items natürlich sehr schwach. Aha. Nächste. Ich verstehe nicht, was sie machen. Zuerst die Krug, dann Edelsteine gesammelt, dann Krug gesammelt und, weiss ja auch nicht alles. Die ganze Zeit, wie sie mit diesem Edelmann, wenn ich mal rein edeln werde, jaja. Also. Erst gar nicht mehr. Einfach Quests machen. Ist gute Erfahrung. Also ich habe ungefähr, ja ungefähr hier war es. Also hier in diesem Fortschritt, bevor ich die Quest gemacht habe, was er recht viel Erfahrung bekommt. Umgebung von Altaruk, okay. Hm. Was müssen wir hier machen? Ah, Grab der Elemente. Endlich kommt es zur Erwärmung. Okay, dann kommt es gleich mit dem Windanhänger, glaube ich. So, ihr reibt die Kreide auf die Spitze des Grab der Elemente. Aha. Und jetzt wieder zurück. Die ganze Zeit irgendwo hin und dann wieder zurück. Also das meiste von der Quest eigentlich das Laufen. So, niemand schreibt in den Linken-Chat. Alle am Schlafen. Scheinbar. Auch gut so, weil ich eigentlich auch am Schlafen hätte sein müssen. Aber weil ich so fit bin durch Fussball, durch Joggen, durch Schwimmen, durch alles mögliche. Bin ich natürlich zu sehr am Morgen wach, damit ich weiter schlafen kann. So, einen leeren Krug. Also der leere Krug muss jetzt zu ihm, zu Firats Flying Spare. Und wo ist er da unten? Ich hätte voll vertonte Dialogge lieber gehabt. Also irgendwas war ein bisschen zu lesen die ganze Zeit. Das kann man doch in einem Let's Play nicht machen. Finde ich ein bisschen schade. Gefäß mit Erde. Wow, ich habe ein Gefäß mit Erde. Schnüffeln. Ja, schnüffeln mal bitte an den Boden. Dass der Boden sehr, sehr stark riecht. Ich glaube, dieser mächtige Boden kann einige hervorragende Früchte hervorbringen. Gut gemacht, Bruder. Wir haben das erste Element und nun fehlt uns nur noch drei. Was? Wir haben Erde. Wir haben nur Erde. Kein Element. Ja, ja. Allerheit, Tal. Wow, jetzt können wir alle Gegenden erkunden. Ah, das ist da oben. Da müssen wir nach Norden. So, also dann haben wir bald ein Level Up. Sehr schön. Da kann ich auch an einem anderen Ort leveln. Nämlich an der Küste. Hier unten. Werde ich dann mal leveln. Sonst werde ich mal ein paar Orcs angreifen. Die sind aber anscheinend noch dann schwer oder anspruchsvoll. Ja. Aber es gibt so nur für einzelne Orcs, die genug schwach sind. Deshalb wahrscheinlich nicht so effizient. Ähm. Der Trauchenspanzspähe ist zwar ein bisschen stärker, aber auch sehr langsam. Und ich habe ihn langsam satt. Aber er ist stärker, aber zu langsam für mich. Und wieder umsgehen will ich nicht. Ich wollte einfach mal den ausprobieren. Und der ist durch Südkreuz auch besser. Weil da kann ich Südkreuz immer benutzen. Beim Speer hat es nicht so gute Attacken, wo schnell sind und Fische anmachen. So, was müssen wir hier machen? Ja, nach Altruckzug. Hä? Wieso muss ich hier hin und dann wieder zurück? Wasser sammeln. Vom Regen. Wahrscheinlich Wind, oder? Steht da irgendwas? Ja, Wind. Man muss einfach ein bisschen den Krug mit Wind füllen. Aha, und wie soll das gehen? Ach Gott. Es ist eigentlich so ein bisschen religiös, habe ich so das Gefühl. Aber so eine ganz, ganz eine andere Art Religion. Mit diesen Edelsteinen. Oh, Ignis-Edelsteine. Wow. Ich glaube, das gab es im Südis auch. Dann sind es dort Südis-Edelsteine und den Alcius-Edelsteine. Oh. Oh. Hat der Resten da ein bisschen Fenstermodus gezockt. Und da wird einfach die Sichtweite auf Null gesetzt. So habe ich nochmal geschaut, ob die Sichtweite wieder gut ist. Keine Ahnung, was das soll. Und Fenstermodus ist ganz verschoben. Also der Mauszeiger ist zum Beispiel, wenn er hier ist, wird er hier unten angezeigt. Also es ist alles um irgendwelche 20 Millimeter verschoben. So. Nächstes ist Feuer. Kohle. Ja, das ist Feuer. Kohle müssen wir sammeln. Das ist sicher dort unten. Zuerst müssen wir aber nach Norden. Okay. Ja, gestern Abend habe ich einfach noch ein bisschen Fortschlachtung gemacht. Aber es ist einfach nicht mehr witzig, wenn die Leute mich einfach nicht beschützen können. Sie sogar noch vorne lassen, damit ich natürlich gekillt werde sofort. Und alles mögliche ist sowieso sehr defensiv. Also die Egen spielen momentan so extrem defensiv, dass es fast keinen Spaß macht. Aber sie sind immerhin erfolgreich damit. Also sie bekommen recht viel Forts. Und den Malsius haben sie gestern Abend noch. Da war ich aber nicht mehr dabei. Und haben es glaube ich auch geschafft. Sie haben den Edelstein. Ja, sie haben den Edelstein. Wenigstens einen wenigsten. So. Jetzt muss ich noch Wasser. Krug mit Fass. Da irgendwo. Da drin. Ah, da. Natürlich habe ich beim Bierfass. Das Wasserregiment muss im Bierfass angenommen werden. Es muss mit Bier getränkt sein. Hui. So. Und jetzt. Jetzt müssen wir alles zum Grab der Elemente tun. Und dann draufschitten und kaputt schlagen. Aha. Ah, schön. Schaut euch mal. Dieser Sonnenuntergang an. Herrlich. Also aus Regnum-Grafik kann man schon weit gut Besseres herauskitzeln. Sieht einfach nur cool aus jetzt. Mmm. Und jetzt. Ihr leert das Wasser auf das Grab. Rauch steigt auf und das Wasser wird blau. Was? Das Wasser wird blau? War es nicht schon vorher blau? Aha. Machen wir es mehrmals. Ihr legt die brennende Kohle auf das Grab. Die Flamme steigt auf und brennt in tiefem Rot. Was? Rot? Oh. Schüttet die Erde in die Flamme. Es ist ein tiefer, brauner Rauch. Steigt aus der Flamme. Da hat jemand wirklich ein bisschen Luft abgelassen. Jetzt kommt nach Luft. Es kommt nach Erde Luft. Dünnschiss oder was? Ihr nehmt den Runenring vom Altar. Es ist ein klarer Juwel mit einer Mischung als blau, rot, braun, der ständig vom Wind vermischt wird. Und grün nicht? Okay. Yay, wir haben einen Runenring, den wir nicht ausrüsten können. Wow. Wow. Hmm. So. Nee, wirklich. Hätte ich gedacht, dass ich angekommen wäre. Ha. So. Na. Großartig. Die Legende war also wahr. Und ich nehme an, wenn ihr den Runenring habt, wurden die vier Altäre aktiviert. Es gibt einen Schlüssel zum Grab der Elemente. Nein, wirklich. Und jetzt muss ich wahrscheinlich nach vorne. Ich will noch das Level in diesem Ding zeigen, aber wir bekommen irgendwie die Quest nicht gerade. Oder muss ich das, äh, muss ich die Altäre aktivieren? Das ist diese Quest. Wir haben noch nicht ganz 500. Das wird wahrscheinlich dann in einer der nächsten Folgen nachkommen. Aber ich möchte gerne noch den Jäger ein bisschen weiter zeigen und, ähm, vielleicht noch den Bash hier ein bisschen leveln. So. Äh, ja, da muss ich wahrscheinlich hier hin. Wenn ich nicht hier hin muss, dann gibt es die Quest noch nicht. Oh, das ist irgendwo ganz anders. Keine Ahnung. Ja. Toll. Wirklich toll. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ähm. In einer anderen Stadt vielleicht. Oder kann man die einfach aktivieren? Ich glaube kaum. Ja, was probieren können wir es ja mal. Sonst schaue ich dann mal, wo die Quest ist und werde dann natürlich die nächste Folge machen. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was man jetzt, aber wahrscheinlich wird es ja auch nicht geschrieben. Ich glaube eher, es wurde gar nicht geschrieben. Man muss einfach die Quest wahrscheinlich finden. Und die könnte, die könnte, die könnte eigentlich ein Meliketi sein, oder? Wir könnten hier mal schauen, vielleicht sehen wir es. Aber ich glaube kaum, dass es so angezeigt wird. Hier ist der Wasseranhänger-Träger. Okay, wenn der hellblau, hellgrün ist, dann ist wahrscheinlich das einer der späteren. Schade. Ach komm. Wo ist der Altar? Ist der da unten? Der ist da unten. Der Geist ist nämlich immer hier oben, sonst. Dann dachte ich, der wäre da oben. Ne, man muss hier nichts machen. Nun gut. Also. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht. Ähm. Eben. Wenn ich die Quest gefunden habe. Und. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.